Der Erste Grüne verlässt das sinkende Schiff. Ehemaliger Bundesumweltminister Jürgen Trittin tritt zurück von seinem aktuellen Mandat im Bundestag. Ihr habt richtig gehört, nach 25 Jahren legt er sein Mandat nieder. Und wir machen eine kritische Betrachtung des Jürgen Trittin und seiner Politik. Was hat er über die 25 Jahre getan? Was hat er erreicht für Deutschland? Was war gut, was war nicht so gut? Moin zusammen, ich bin Olli, wenn du kritische Videos magst, bist genau richtig. Lass gerne ein Abo da und wir sehen, dass er es selber hier per Twitter bzw. X gepostet. Zitat, ich habe gerade meiner Fraktion mitgeteilt, dass ich zum neuen Jahr mein Mandat niederlege. Nach 25 Jahren für Göttingen im Bundestag schaue ich auf ein politisches Leben zurück, in dem wir vieles erreicht haben, was unmöglich schien. Danke an alle, sagt er hier. Ja, und seht ihr hier irgend so ein Olli-Typ? Weiß auch nicht, wer das ist. Hat hier geschrieben, 25 Jahre fern der Realität. Amtszeiten gehören limitiert. Und das ist eines meiner Lieblingsthemen. Wie kann es denn sein, dass ein Mensch im Bundestag 25 Jahre sitzt? Das ist unfassbar. Das ist wirklich unfassbar. Man kann mir nicht erzählen, dass so eine Person wirklich Ahnung von unserem allertäglichen Leben hat. Das passt hinten und vorne nicht zusammen. Und bei dem Herrn Trittin, wenn wir uns hier auf seiner Webseite den Lebenslauf ganz genau angucken, 1954 in Bremen geboren, Abi gemacht und dann hat er studiert Sozialwissenschaften in Göttingen, abgeschlossenes Studium, das muss man bei den Grünen ja dazu sagen, Diplom Sozialwirt. So, aber dann anschließend arbeitet er wissenschaftlicher Mitarbeiter, Pressesprecher und freier Journalist und er saß bereits hier im Landtag bereits 1985 in Niedersachsen. Mit 31, 30, 31, je nachdem wann der Geburtstag ist, wann der Einzug war. Das ist doch Schwachsinn. Das ist doch wirklich absoluter Quatsch, meine Freunde, oder? Das ist doch wirklich so weit weg von der Realität eines normalsterblichen Bürgers, dass es seinesgleichen sucht. Oder sehe ich das falsch? Also ich bin ganz klar dafür, dass Amtszeiten begrenzt werden, auf maximal zwei Legislaturperioden für jeden, egal ob der es im Bundestag ist oder im Landtag oder sonst irgendwelche Ämter, damit auch dieses Hörsaal, ähm, nee, wie war das, Kreissaal, also bei der Geburt, Hörsaal vom Studium und dann der Plenarsaal, damit dies endlich mal aufhört. Denn darauf arbeiten doch heutzutage mittlerweile wirklich viele hin, dass sie dann teilweise aber auch im Hörsaal, sprich in dem Studium, keinen Abschluss machen, ist ja mittlerweile auch bekannt. Nein, Leute, das ist der absolut falsche Weg, auf dem wir uns hier befinden. Und wenn wir uns speziell bei dem Herrn Trittin angucken, was sind denn zwei ganz, ganz große Punkte, die man mit ihm eigentlich verbindet? Das ist einerseits die Kugel Eis, also die Energiewende und das ist auf der zweiten Seite ganz klar natürlich die, das Dosenfad. Und wenn wir uns im Lebenslauf das Ganze nochmal angucken, sehen wir das ja hier, 98 in den Bundestag eingezogen, wie gesagt 25 Jahre. Von 98 bis 2005 war er Bundesminister für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit. Und dementsprechend sehen wir das Ganze hier bei Harder Barfair. Und da hatte ich, glaube ich, sogar dieses Jahr, letztes Jahr war es schon, ein Video darüber gemacht, bin ich mir nicht ganz sicher. Das sehen wir nämlich hier. Beim Strompreis, habe ich mich verschätzt, gibt Ex-Minister zu, Schuld sind aber andere. Du kannst es dir wirklich nicht ausdenken. Anstatt reinen Tisch zu machen, ich habe mich nicht nur geirrt, es sind nicht andere schuld, es war auch meine Schuld. Ich habe das mit zu verantworten. Nein, es sind immer wieder die anderen. Selber ist man unfehlbar und hat keine Probleme. Denn hier unten in dem Absatz, ich habe ihn markiert, sehen wir das. In der Runde sitzt Jürgen Trittin. Dem einstigen Umweltminister hält Moderator Plasberg eine Äußerung aus dem Jahr 2004 vor. Damals versprach der Grünen-Minister, die Förderung der regenerativen Energien werde jeden Haushalt nur einen Euro pro Monat kosten. Eine Kugel Eis. Ich habe mich verschätzt, gibt er heute zu. Die Schuld allerdings, sieht der Ex-Minister bei seinen Nachfolgern im Amt. Ja, natürlich, das sind die anderen, die schuld sind. Selber, wie gesagt, ist man unfehlbar. Aber im Endeffekt, es sind mehrere hundert Euro, je nachdem in was für einer Wohnsituation man ist, die das Ganze mehr kostet. Und nebenbei gesagt, es hat auch schon zig Milliarden Euro gekostet, dass wir versuchen, von den fossilen Energien umzuwechseln in die angeblich erneuerbaren. Man kann Energie nicht erneuern. Jeder, der in Physik aufgepasst hat, wird es euch bestätigen. Nein, es ist wirklich unfassbar hier. Nochmal, man hätte jetzt hier spätestens wirklich ganz klar reinen Tisch machen können, bereits hier Januar 2022. Aber nein, da besteht kein Interesse dran. Da steht einfach kein Interesse dran. Das haben wir ja damals schon gesehen. Und dann hieß es hier, nämlich der grünen Politiker Trittin mag nicht darüber wirklich reden. Lieber nennt er als Entlastung die geplante Abschaffung der EEG-Umlage. Das war ja im letzten Jahr aktiv. Da verweist CDU-Mann-Kubaner drauf, dass die schon von der Vorgängerregierung beschlossen wurde. Also von der großen Koalition. Da hatten die Grünen nämlich nichts mit zu tun. Trittin argumentiert mit der Erhöhung der Heizkostenpauschale. Eine Entlastung für die Bedürftigen. Ein 2000 Haushalte, zwei Millionen korrigierter Publizist hier und so weiter. Und dann schimpft Trittin noch, man möge doch bitte die Energiepolitik nicht zerreden. Zitat, ist die Nachfrage nach dem Klimageld ein Zerreden, staunt Blasberger und fügt ganz unmodellat hinzu. Dann antworten sie doch einfach darauf. Also wer die Sendung damals gesehen hat, das war schon sehr, ja, Fremdschäden, könnte man auch sagen. Ein Artikel aus 2000 vom Spiegel. Das ist der große andere Punkt, den ich den Trittin damals seinerzeit auch wahrgenommen habe. Das Dosen fand ab 2001. Ab Mitte nächsten Jahres soll auf Dosen und Einwegflaschen ein Pfand erhoben werden. Das sagte Jürgen Trittin von den Grünen. Der Umweltminister stellte in Berlin eine Ökobilanz für Getränkeverpackungen vor. Und zwei Gedanken dazu. Man kann da natürlich sagen, ja, danke Herr Trittin. Ohne Sie hätten zahlreiche Rentner definitiv noch weniger im Portemonnaie. Das ist ein bisschen sehr, sehr frech jetzt gesagt. Aber im Endeffekt ist es ja die Realität, dass viele Rentner nur wegen dem Flaschenpfand über die Runden kommen. Ist leider die Realität in unserem Land. Das ist wirklich sehr, sehr traurig, wie ich finde. Andererseits muss man natürlich auch inhaltlich überlegen. 2015 hieß es bereits. Was wurde eigentlich aus dem Dosenpfand? Mit dem Dosenpfand wollte Jürgen Trittin als Umweltminister die Einwegflasche aus dem Handel drängen. Zwölf Jahre später fällt die Bilanz durch Wachsen aus. Ach, surprise, surprise, wieder ein gescheitertes Grünen-Projekt, das wieder mal nicht funktioniert hat. Wer hat denn damit gerechnet, dass das nicht funktioniert? Nein, Leute, hier geht einer von den Grünen, den ich persönlich definitiv nicht vermissen werde. Ihr könnt es für euch gerne mal in die Kommentare reinschreiben. Wir sehen hier das Ganze auch im Interview mit dem Spiegel, welches er auch verlinkt hatte. Ich werde ein bisschen reisen, Clash und Talking-Heads hören, irgendwelche Musikbands. Ich hatte gerade mal gegoogelt. Landesminister, Parteivorsitzender, Bundesumweltminister, Fraktionsvorsitzender und Mr. Dosenpfand. Der Grünen-Politiker Jürgen Trittin legt zum Jahreswechsel sein Bundestagsmandat nieder. Hier spricht der 69-Jährige. Ist ein Plusartikel, kann man nicht sehen. Aber ganz ehrlich, ich möchte es auch nicht. Wir sehen bei der Bild, ist hier auch drin. Grünen-Legende schmeißt hin. Ja, man kann natürlich eine Legende sein, ob das jetzt im Positiven eine Erinnerung ist oder halt im Negativen. Das muss jeder für sich selbst beurteilen. Ich, wie gesagt, für meinen Teil kann dem Herrn nicht viel abgewinnen, denn durch ihn sind wir in der aktuellen Situation mit drin, wo wir halt durch die Energiewende auch angekommen sind, dass es sehr, sehr teuer für viele Bürger ist und teilweise auch unbezahlbar. Schreibt eure Meinungen rein, werdet ihr den Herrn Trittin vermissen. Abonniert den Kanal, wenn ihr neu seid. Danke, bis zum nächsten und ciao.